Oh, hier sieht es ja noch relativ normal aus. Die Kameras sind nicht in Betrieb. Das ist vielleicht ziemlich dämlich. Eine Stunde später. Was ich noch nicht in Betrieb? Was ich noch nicht in Betrieb? Ich weiß auch noch etwas, was ich mit Betrieb zu machen. Ich mache dir einen, den du zu Ende bist. Aber ich werde nicht überrascht. Was hast du für es? Ich werde nicht alles tun, bis ich mich nicht in Betrieb, wenn ich mich nicht in Betrieb. Ich mache mich ein bisschen, während ich das Recipe bekomme. Und, bitte, auf die Sicherheitskameras. Wenn jemand kommt für mich, Ich will sie sehen, bevor sie mich sehen. Ich bin dran. Nur sicher, dass du die richtige Recipe bekommst. Äh, da kommst du nicht ran, worauf du dich stellen kannst. Äh, das ist jetzt doof. Äh, die Kiste! Na gut. Ähm. Ah, nehmen wir den Hocker mal mit. Was ist hier? Achso, warte mal. Okay. Ja, dann gehen wir nochmal raus. Äh. Sehr schön. Okay. Die funktionieren ja dann wohl. Okay, jetzt muss ich schon ein bisschen... Jimmy besorgt die Rezepturen. Ich sollte besser die Kameras da draußen reparieren. Nein, die sind ja repariert. Ist doch alles, alles, alles cool. Alles cool. Sonst kann ich nichts mehr machen hier. Äh, pff. Okay, nochmal rausgehen. Kann ich, kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Sie filmen, Jimmy sollte schließlich geschützt sein. Ja. Ah. Ah. Gut. Okay. Got it. I need help with some of the ingredients though. Ground Poppy Seeds, a Raven feather and get this, a dead man's hair. Ja, super. Alles kein Problem. Einen toten Mann wissen wir. Äh, Rabenfeder können wir von unserem Raben nehmen wahrscheinlich. Gemahlene Mondsamen haben wir auch schon gesehen. So, I guess I'm your one man grocery store, eh? Where am I gonna find a dead man's hair? Hey, do you want that concoction or not? You'll figure it out. Ja, das ist wahr. Oh. Ja, gut. Äh, ja. Super. Okay. Ähm. Ja, dann gucken wir mal. Hier waren die Mondsamen irgendwo, ne? Genau. Da sind sie. Hätten wir. Tschüss. Dann. Oh. Hallo. Ich bin sorry, aber wer in der Hölle bist du? Äh. Wolf. Detektiv. Lass mich einen näher schauen. Ja, natürlich. Ähm. Messer. Schnippel die Schnappel. Danke, Kollege. So. Und dann müssen wir noch, äh, nach Hause. Hallo Rabi Schnabi. Äh. Äh. Woher ich Futter auf den Tisch... Achso. Auf den Tisch gelegt habe. Ähm. Hä? Ich werde das Futter aber nicht so auf den Tisch legen. Achso. In der Schale. Ja, natürlich. Entschuldigung. Danke, Rabi. Tschüss. Machst du ganz fein, Rabi. Gar nicht fein. Äh. Dann können wir wieder zurück. So. Oh. Dann müssen wir jetzt. Mhm, 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 mhm. Perfekt. Okay. 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 Ja, nee. Ist klar. Die Smaragdfarbene Flüssigkeit. Äh. Ah. Du musst das Emerald-Liquid mit einem Kristall-Spoon spüren. Nicht lachen. Kristall-Löffel. Äh. Oh. Jetzt ein Ingredient, das ist absolut überall benutzt. Ja. Du guckst es. Es ist Garni. Ein Schweinefuss. Ein Schweinefuss. Klar, natürlich. Äh. Du musst eine Kohl. Oh. Äh. Äh. Aha, sehr witzig. Ähm. Da. Grüne Auge. Don't look at me like that. It's really needed. Honest. A graded horn. Why are you looking at me like that? It's not the horn of a black rhino. And no animals were harmed for this one. Relax. Ein geraspeltes Horn. Äh. Ja, und wie raspel ich das jetzt? Dann, also... Da. Ah. Ach so. Lecker. Ginseng-Wurzeln. Wie sehen Ginseng-Wurzeln aus? Äh. Ginseng-Wurzeln? Ich hab keine Ahnung, wie die aussehen. Falls ihr es hört, meine Katze macht grad Theater, weil sie nämlich Hunger hat. Wie ich gehört habe, sind die gut fürs Gedänen gewissen. Ginseng-Wurzeln. Ja, wo sind die denn? Äh. Wie sehen denn Ginseng... Ach da. Next up on the menu were some dried figs. Äh. You look almost relieved. Grab that fan. I can't see anything from these vapors. Äh. Ventilator. Ja, natürlich. Ähm. Toller Ventilator. Ein fertiger Todestrank. Now. There's just one more thing you need. And that part, you have to do yourself. The last ingredient should be mixed in right before you drink this. It is the blood of a dying person. The one caught between life and death. Oh, nein. Blood. This is gonna taste horrible. Well, take it like a man. Okay. Man braucht nur das Blut einer sterbenden Person. Äh. Ja, einer sterbenden Person. I'm losing her, Adam. Don't worry. I won't let her die. I found a way to open the next lair. There's a potion I have to make. And it requires the blood of a dying person. You see what I'm getting at? You... you want some of Susie's blood? Exactly. I only need a little. Okay, so be it. We need to save her, Mr. Wolf. Please. Hallo, Kleine. Oh je. Ich brauche eine Spitzung. Ja. Pieks. Was zur Hölle? Was ist das für eine Krankheit? Ihre Hand ist abgestorben. Das sieht nicht natürlich aus. Oh nein. Das... das sieht gar nicht gut aus. Ich hab grad keine Zeit dafür. Okay. Ja. Okay. Warum hat mich das jetzt nicht gewundert wirklich. Warum hat mich das jetzt nicht gewundert wirklich? Wie bist du? Ich bin... Ich bin... ... 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 kann er sich mal eine Karte nehmen und ich seine nicht? Ah. Jetzt kriegt er noch eine Baum... ...ja, das war so klar. Scheiße. Uh. Okay. Oh. Das war gar nicht mal so blöder Spiel. Danke, tschüss, mach's gut. Bye, bye. Bitte schön. Oh. Ich sollte nicht glauben, dass du nicht zu glauben. Es war etwas falsch über dich all along. Don't take it personally, Wolf. One like me doesn't survive for centuries without having a backup plan. Don't take it. Don't walk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017